Ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Einführung Edith Graflitscher und für die Möglichkeit, Ihnen hier zwei, drei Dinge mitgeben zu können zur Frage, ob und inwiefern auch die Schweiz möglicherweise einen Rechtsrahmen braucht für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, die Ausgangslage ist relativ offensichtlich. Wir haben maßgebende technische Entwicklungen erlebt über die letzten 10, 15 Jahre. Eine weitere Welle der Entwicklung im Bereich der KI. Das Spektrum beim Einsatz von KI ist denkbar breit. Es geht vom Spam-Folder bis hin zum dystopischen und heute längst noch nicht existierenden Killer-Roboter-Bilder, die eben auch vor allem das zweite Bild, die öffentliche Debatte, mitprägen. Zu technischen Fragen verweise ich jetzt schon gerne auf die Diskussion. Sollten sich diese stellen, haben wir mit Abi Bernstein, hier einen Experten. Aus rechtlicher Sicht ist bemerkenswert, dass die EU wenig überraschend bereits vorgelegt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten weltweit, die sich mit der Frage befassen, ob und inwiefern KI-rechtlich eingefasst werden soll. Die EU gehört hier als Staatenbund mit dazu und hat, wie Sie wahrscheinlich wissen, am 21. April dieses Jahres einen Entwurf vorgelegt für eine umfassende Regulierung, für einen Verordnungsvorschlag, den Draft EU-AI-Act. Die Lage in der Schweiz ist etwas anders. Wie auch in anderen Kontexten sind wir hier zurückhaltend, warten ab. Es gibt einen recht umfassenden Bericht der interdepartmentalen Arbeitsgruppe KI, IDAC-KI, vom 19. Dezember 2019, also auch schon zwei Jahre alt. Der ist in der Sache, glaube ich, durchaus lesenswert, kommt aber vielleicht etwas überraschend, im Wesentlichen zum Schluss, dass kaum etwas zu tun ist. Ich glaube, politisch war das das wesentliche Signal, dass man einfach mal weiter zuwarten kann. Ich glaube, das sollten wir nicht mehr tun. Ich glaube, mit dem Draft EU-AI-Act haben wir jetzt hier doch einen Twist in der Ausgangslage. Ich denke, auch die Schweiz sollte hier reagieren. Diese Konstellation war Ausgangspunkt für einen Workshop, den wir durchgeführt haben, Ende August im Rahmen des DSC Strategy Lab im schönen Ballsthal, wo wir in einer interdisziplinären Gruppe während zwei Tagen intensiv diskutiert haben, ob und wie die Schweiz hier vorgehen sollte. Das Resultat haben Sie vor sich. Ein Positionspapier, das wir verfasst haben. Und aus diesem Positionspapier werde ich ein paar wenige Punkte herauspflücken. Diejenigen nämlich, die aus meiner Sicht zentral erscheinen. Vielleicht vorab schon etwas zum Begrifflichen. Das Positionspapier adressiert das Phänomen der künstlichen Intelligenz. Wie das Bild hier auf der Slide zeigt, ist das Phänomen oder der Begriff etwas aufgeladen. Wir verwenden im Positionspapier deshalb und auch aus weiteren Gründen den Begriff algorithmische Systeme. Nicht zuletzt deshalb, weil die Probleme, über die ich kurz sprechen werde, eben auch auftauchen, wenn keine KI eingesetzt wird, sondern eben andere Technologien, die aber ähnliche Wirkungen haben. Was Sie hier auf der Folie sehen, sind so die fünf größten Herausforderungen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Destillat von zahlreichen, auch internationalen Papieren, wo man sagen kann, es gibt einen gewissen Konsens, dass es im Wesentlichen um diese fünf Fragestellungen geht. Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Datenschutz und oder Privacy, Diskriminierung, Manipulation und Haftung. Ich werde nicht auf alle Themen eingehen können, sondern drei rauspflücken, nämlich im Wesentlichen Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Diskriminierung und Manipulation. Vorweg zum Datenschutzproblem. Im Prinzip sind wir, glaube ich, in der Lage, mit den existierenden Regeln im Bereich des Datenschutzes, sowohl auf europäischer Ebene mit der GDPR als auch in der Schweiz mit dem künftigen Datenschutzrecht, die Probleme im Wesentlichen zu erfassen, einfach weil das Datenschutzrecht dermaßen breit aufgestellt ist. Damit soll nicht gesagt sein, dass der Datenschutz funktioniert. Hier braucht es wohl seinerseits dann irgendwann intelligente Ansätze und neue Maßnahmen. Aber das ist nicht ein spezifisches KI-Problem. Zur Haftung werde ich nicht viel sagen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion wieder darauf zurück. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich selber kein ausgeprägter Haftpflichtrechtler bin. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wir haben sehr allgemeine Bestimmungen, die in der Lage sind einzugreifen. Es braucht aber wahrscheinlich mindestens eine Anpassung des Produktehaftpflichtrechtes. Darauf werde ich dann kurz zu sprechen kommen. Vielleicht braucht es auch eine Art Kaisalhaftung für Betreiber vom KI-System. Damit aber zur ersten zentralen Herausforderung, relativ knapp. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die man hier sinnvollerweise auseinanderhalten sollte. Zum einen, glaube ich, sollten wir sicherstellen, künftig mit rechtlichen Mitteln, dass jeder Mann, jede Frau, die mit KI interagiert, beispielsweise mit einem Chatbot, darüber informiert ist, dass ihr oder ihm gegenüber eben nicht ein Mensch sitzt, sondern ein algorithmisches System. Also es braucht wohl eine allgemeine Informationspflicht über die Interaktion mit KI. Das ist etwas, was sich auch im AI Act der EU findet und das, glaube ich, weitgehend unkontrovers ist. Komplex ist die zweite Fragestellung, hier abgebildet quasi als Ergebnis eines Credit Scorings, das ganz typisch auf Datenanalysen mit Einsatz von KI basiert, wo die Leute dann irgendeinen Score kriegen und nicht wissen, warum und wie der zustande gekommen ist. Entscheide, in Anführungszeichen, die von KI oder algorithmischen Systemen gefällt werden, funktionieren anders als Entscheide, die von Menschen gefällt werden. Es geht um statistische Analysen, um Wahrscheinlichkeiten, beispielsweise, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,5 Prozent auf einem Bild ein Hund oder eine Katze drauf ist oder eben der oder die betreffende Person möglicherweise einen Risikofaktor hat, dass sie einen Kredit nicht zurückzahlt. Daraus werden Empfehlungen abgeleitet. Die basieren im Wesentlichen auch dann statistisch auf Korrelationen, nicht auf Kasualitäten. Also der ganze, wenn Sie so wollen, Denkmodus ist ein anderer. Das führt dazu, dass Menschen betroffene Personen schlecht verstehen, wie diese Entscheide zustande kommen. Es ist bisweilen auch so, wenn Menschen Entscheide fällen, aber dann erklären die die Entscheide und geben zumindest pro forma eine Erklärung für ein bestimmtes Ergebnis an. Das ist auch technisch anspruchsvoll. Gerade bei Deep Neural Networks haben wir ein Blackbox-Problem. Es ist nicht immer klar, auch für den informierten Techniker, wie eine bestimmte Entscheidung oder Empfehlung eben zustande kommt. Entsprechend macht es Sinn, die Nachvollziehbarkeit von solchen Entscheidungen durch algorithmische Systeme mit rechtlichen Mitteln sicherzustellen. Soweit die Entscheidung auf dem Einsatz von Personendaten beruht, was aufgrund des breiten Begriffs von Personendaten fast immer der Fall ist, hält auch hier das Datenschutzrecht schon gewisse Mittel zur Verfügung. Das Auskunftsrecht gibt bereits heute oder dann in der Schweiz künftig ein Recht darauf, zu informiert sein über die involvierte Logik, der Logic involved, wenn bestimmte Entscheidungen gefällt werden. Hier braucht es also nicht besonders weitgehende Schritte. Ein zweites Problemfeld ist das Problemfeld der Diskriminierung. Das ist uns allen bestens klar. Das ist auch kein KI-spezifisches Problem. Aber wenn KI trainiert wird mit Trainingsdaten, in denen eben Bias drin ist, dann wird auch die KI mit Bias-Entscheidungen fällen. Es kann auch sein, dass das der Algorithmus selber zu Diskriminierung führt. Häufig liegt es aber eben an den Trainingsdaten, die hier verwendet werden. KI kann also zu neuen Problemen im Bereich der Diskriminierung führen, neue Vorgänge, auch eine Art erweiterte Skalierbarkeit. Oder wenn einzelne Menschenentscheide fällen, dann haben diese Entscheide eine Auswirkung auf eine begrenzte Zahl Personen. Wenn das eine Maschine tut, können das möglicherweise Tausende oder Hunderttausende von Personen sein, die von einer potenziell diskriminierenden Entscheidung dann betroffen sind. Gleichzeitig ist KI auch eine potenzielle Lösung. Wenn wir versuchen wollen, Diskriminierung in den Köpfen von Menschen auszulöschen, dann sind das jahrzehntelange gesellschaftliche Prozesse, die dafür vielleicht notwendig sind. Wenn wir versuchen, sicherzustellen, dass KI mit Non-Bias-Data trainiert wird, dann ist das zwar auch nicht unkomplex, aber deutlich erfolgsversprechender, wenn wir versuchen, in den Köpfen der Menschen anzusetzen. Weil Diskriminierung kein KI-spezifisches Problem ist, braucht es, glaube ich, auch keine KI-spezifische Lösung, nicht durch ein KI-Gesetz oder etwas Ähnliches, sondern es braucht Rechtsregeln, die für Menschen und für algorithmische Systeme gelaufen. Hier kommt eine erste Differenzierung zum Ausdruck, die uns bei den ganzen Fragen immer wieder begleiten wird, nämlich die Differenzierung zwischen Normen, die sich an Behörden richten, an den Staat und solchen, die sich an Private richten. Sie wissen, wir haben ein umfassendes Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung, Artikel 8 Absatz 2. Das gilt aber als solches nur für staatliche Akteure. Und möglicherweise braucht es eben etwas Vergleichbares auch für den privaten Bereich. Das wäre zumindest prüfbar oder prüfenswert, ob gerade aus Anlass des Einsatzes von KI und der damit verbundenen Problem es eben an der Zeit wäre, eine Art allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zu erlassen, das auch Private erfasst und weitergeht. Das, was wir heute haben, beschränkt auf das Bundesgesetz für die Bekämpfung von Diskriminierung von behinderten Menschen und das Gleichstellungsgesetz. Es zeigt sich hier auch, was sich aus meiner Sicht immer wieder zeigt, bei der Frage, wie mit KI rechtlich umgegangen werden soll. Ich glaube, es ist überzeugender anzusetzen am Ergebnis, also an der Diskriminierung als Ergebnis, ein Ergebnis, das wir nicht haben wollen, als dass wir versuchen, den Prozess, den Vorgang, der abläuft, technisch zu normieren, um dann zu hoffen, dass, wenn wir beispielsweise mit Non-Biased Data operieren, am Ende auch keine Diskriminierung resultiert. Das aber ist gerade der Ansatz der EU, die eben im Wesentlichen darauf fokussiert, die Technologie als solche den technischen Vorgang rechtlich einzufassen, anstatt auf das Ergebnis zu schauen. Beispielsweise findet sich im europäischen Vorschlag die Vorgabe, Data müsse free of errors and complete sein. Techniker sagen wir, beides gibt es nicht. Ein drittes und letztes Problem betrifft die Gefahr von Manipulation, also verstanden als verdeckte Beeinflussung des eigenen Denkens oder Handelns durch dritte Personen. Wie dieser Begriff genau zu verstehen ist, ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Wir sind da anders als im Bereich der Diskriminierung, auch in einem Bereich, wo es relativ wenig Forschung gibt, wo wir also noch recht am Anfang stehen. Aber verbreitet ist die Befürchtung, und ich glaube, die ist nicht per se unberechtigt, dass wir in unserem Denken und Handeln durch die Interaktion mit Maschinen eben beeinflusst werden können. Eine solche Beeinflussung, das ist ein möglicher Begriffszugang, kann darin bestehen, dass man quasi der Manipulierende zu seinem eigenen Vorteil versucht, das Denken und Handeln von anderen zu beeinflussen. Und häufig geschieht das unter Ausnutzung der Vulnerabilität der betroffenen Personen. Beispielsweise bei Kindern oder auch älteren Personen, die möglicherweise im Umgang mit Technologie gewisse Erfahrungswerte fehlen. Wie bei der Diskriminierung kann aber Manipulation natürlich nicht nur mit KI, sondern auch in anderen Kontexten erfolgen. Und wie bei der Diskriminierung ist das Problem deshalb wohl breiter anzugehen, auch wenn wir hier eben beim Einsatz von algorithmischen Systemen gewisse neue Phänomene haben, die eben Anlass geben können, dass wir hier reagieren. Denken Sie beispielsweise an die Auswahl von Medieninhalten oder personalisierte Werbung. Ganz häufig basiert das auf dem Einsatz von KI. Das wirft gewisse Fragen auf im politischen Kontext, aber auch beim Konsumverhalten. Oder denken Sie beispielsweise auf das Phänomen, wenn Sie auf YouTube ein Video schauen und Ihnen laufend weitere Videos vorgeschlagen werden, mit dem Ziel, Sie möglichst lange auf der Plattform zu halten. Auch das ist möglicherweise eine Verhaltensmanipulation, die zumindest bei vulnerablen Personen, Kindern oder Jugendlichen problematisch sein könnte. Wenn die Rechtsordnung versucht, Manipulation als Phänomen zu erfassen, dann ist, glaube ich, das Abstellen auf den Vorteil nicht der richtige Zugang. Die Rechtsordnung sollte nicht eingreifen, wenn jemand aus seinem eigenen Verhalten einen Vorteil zieht, sondern wenn jemand anders einen Nachteil erleidet. Also wäre das wahrscheinlich der rechtlich relevante Bezugspunkt. Und Manipulation ist besonders problematisch gegenüber vulnerablen Personen, aber nicht nur. Ich glaube, dieses Kriterium kann nicht allein entscheidend sein. Wahrscheinlich muss die Rechtsordnung so quasi vom Phänomen ausgehen, dass eine verdeckte Beeinflussung des Denkens und Handelns von Personen erfolgt, durch Dritte und das resultierende Denken oder Handeln dann zum Nachteil der betroffenen Person ist. Dieses Phänomen müsste man wahrscheinlich aufgreifen. Wie Sie aufgrund meiner Ausführungen sehen, ist aber hier eben noch vieles unklar. Es gibt relativ wenig Forschung. Entsprechend besteht Bedarf nach vertiefter Forschung. Und es ist wohl nicht der richtige Moment, hier regulatorisch, also mit neuen Rechtsnormen einzugreifen. Immerhin, die Rechtsordnung, die wir haben in der Schweiz, sieht durchaus Möglichkeiten vor, hier anzuknüpfen, beispielsweise im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht des ZGB oder im UWG im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Handlungsbedarf besteht hier also wahrscheinlich weniger für den Gesetzgeber, aber sehr wohl für die Wissenschaft und dann auch für die Gerichte. Damit quasi zu den Folgen, zu einem möglichen Regelungsansatz. Ich glaube, die Grundfrage, die sich jetzt einfach aufgrund der Pfadabhängigkeit, in der wir uns befinden, für die Schweiz jeweils stellt, ist, sollen wir das so machen wie die EU oder nicht? Und ich glaube, die meisten Leute reagieren dann so, ja, primär macht man es mal so wie die EU. Ich glaube, das ist der falsche Default. Ich glaube, wir sollten uns nicht als erstes fragen, warum wir es anders machen sollten als die EU, sondern warum wir es gleich machen sollten. Und dafür gibt es gute Gründe, es eben anders zu tun und nicht quasi von diesem Default auszugehen und zu sagen, man muss begründen, weshalb man abweicht, sondern man muss zuerst mal schauen, ist das, was die EU macht, wirklich überzeugend. Ich glaube, dort kommen verschiedene Aspekte ins Spiel, weshalb das, was jetzt auf dem Tisch liegt, eben nicht so überzeugend ist. Politisch muss man den Vorstoß voran verstehen als Einlösung des Versprechens von Frau van der Leyen, beim Antritt ihrer Position als Kommissionspräsidentin dieses Problem anzupacken. Und das tut sie jetzt auch mit einem AI-Act. Dann kommt hinzu, dass die EU natürlich nicht in allen Bereichen Kompetenzen hat zur Regulierung. Wenn es aber um den Binnenmarkt geht und man eine Technologie als solche reguliert, dann scheint das möglich zu sein. Hinzu kommen natürlich auch andere Regulierungsansätze. Wenn Sie denken, wie in Frankreich oder in Deutschland tendenziell mit solchen Fragen umgegangen wird, sind wir in der Schweiz wahrscheinlich etwas vorsichtig, liberaler und etwas zurückhaltender. Einzeltaler Mangel des europäischen Ansatzes besteht aus meiner Sicht darin, dass man versucht, eine Technologie zu regulieren. Das führt dazu, dass eben, wenn nicht KI eingesetzt wird, sondern andere Technologien, beispielsweise das Problem der Diskriminierung, nicht erfasst wird. Ein zentrales Problem ist, dass sich diese Technologie natürlich sehr rasch weiterentwickelt. Wir nicht wissen, ob wir mit diesen konkreten Vorgaben, die im Act teilweise drin sind, eben beispielsweise Data muss komplett sein, complete und free of errors, ob wir nicht relativ bald dann eben von der technischen Entwicklung überrollt werden. Es wird eigentlich nur der Einsatz von High-Risk-AI normiert. Was ist mit anderen Bereichen, die nicht als High-Risk qualifiziert werden? Und was ist insbesondere, das scheint aus meiner Sicht das zentrale Problem zu sein, was ist, wenn man alle diese Vorgaben, die in diesem Act drin sind, einhält, quasi check the box, habe ich alles gemacht, Risikomanagement-System, Non-Bias-Data, High-Quality-Data etc. Und dann aber am Ende trotzdem ein Problem entsteht, trotzdem eine Manipulation, eine Diskriminierung etc. Da besteht dann die Gefahr, dass man sagt, ich habe alles getan, was ich getan musste, jetzt kann ich ja nicht dafür haften, dass etwas schiefgelaufen ist. Deshalb, glaube ich, ist es sinnvoll, eben Ex-Post anzusetzen, zu sagen, wenn eine Diskriminierung auftaucht, musst du dafür einstehen. Und das führt zu massiven Anreizen, eben das Eintreten von Diskriminierung von Anfang an zu verhindern. Ein solcher Ex-Post-Ansatz lässt auch mehr Raum für Innovation. Und ich glaube, das ist in diesem Feld, über das wir hier sprechen, zentral, einfach weil die Entwicklung so rasch verläuft. Also keine Übernahme des EU-AI-Acts und auch kein KI-Gesetz, sondern ich glaube, richtigerweise eben technologieneutrale Regeln, und nicht zuletzt deshalb, weil viele der Probleme, die bei KI auftauchen, eben nicht nur bei KI auftauchen, insofern eben nicht KI-spezifisch sind. Wie gesagt, ich glaube, viele Probleme können wir erfassen durch eine passende Auslegung und Anwendung der bestehenden Regeln, beispielsweise im allgemeinen Persönlichkeitsrecht des ZGB. Eine Manipulation, eine Beeinflussung des Denkens und Handelns ist irgendwo ein Eingriff in die Autonomie der Person. Das ist etwas, was das Zivilgesetzbuch mitschützen kann. Dasselbe gilt möglicherweise für Diskriminierung. Das ist vielleicht eine etwas steile Argumentation. Es wäre aber nicht auszuschließen, dass man auch hier sagt, das ist eigentlich eine Persönlichkeitsverletzung, die eben auch zivilrechtlich schon heute erfasst werden könnte, auch wenn der Gesetzgeber noch nicht reagiert hat. Soweit es um den Konsumkontext geht, Werbung, Kaufen von Produkten etc., kann das Umwege helfen, insbesondere im Bereich der Manipulation. Darüber hinaus braucht es aber sicher auch punktuelle Anpassung des geltenden Rechts. Einige konkrete Vorschläge, was man sich überlegen sollte, findet man in diesem Positionspapier, das Sie bei sich haben. Beispielsweise wäre es denkbar, weil das Phänomen der Manipulation als solches schwer zu fassen und insbesondere schwer zu beweisen ist, dass man sagt, Konsumenten haben eine Art Rücktrittsrecht. Sie müssen aber begründen, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier in meinem Entscheidverhalten irgendwo manipuliert worden. und dann kann ich auf meinen Kaufentscheid auch wieder zurückkommen. Wie gesagt, braucht es vermutlich eine Hausdehnung des Produktehaftpflichtrechts, so wie wir es heute kennen in der Schweiz, weil Software nicht als Produkt qualifiziert wird, ist recht nicht alles, was KI ausmacht, obwohl sich hier ähnliche Haftungsfragen stellen. Möglicherweise braucht es auch eine Betreiberhaftung für jeden, der KI als Produkt eben, als System eben einsetzt. Und möglicherweise oder fast sicher müssen Zulassungsverfahren, Konformitätsbewertungen, beispielsweise im Bereich von Medizinprodukten, überprüft werden, ob diese Verfahren auch beim Einsatz von KI noch in der Lage sind, die gewünschten Effekte zu erzielen. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Schweiz, wo wir so viel verstehen von der Technologie und den Risiken, dass man sinnvoll, aber eben zurückhaltend auch mit rechtlichen Mitteln eingreifen kann und eingreifen sollte. Die ganz konkreten Lösungen liegen noch nicht auf dem Tisch. Der Vorschlag des Positionspapiers ist deshalb derjenige, dass eine Expertenkommission eingesetzt werden soll, interdisziplinär zusammengesetzt, selbstverständlich mit externen Experten, die den Bund unterstützen und deren Aufgabe darin bestehen sollte, ganz konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie das Schweizer Recht angepasst werden sollte, um die Herausforderung des Einsatzes von KI mit rechtlichen Mitteln angemessen einzurücken. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und dann gebe ich gerne gleich wieder zurück.